Hallo und herzlich willkommen zu Terraria Terraria, Terraria, Terraria Ja, es geht endlich wieder los und Ja, der olle Hans hat jetzt auch seinen komischen Dirtrott bekommen Ich heiße nicht Hans Da Ja, er hat jetzt auch eine Wolke Weil ich kann Weil ich davon 6 Stück hatte Ich weiß wo hin damit Verkaufen tue ich sie nicht Ja, was steht heute auf dem Plan? Er steht auf dem Plan, Töpfe irgendwo hinsetzen Ja, hier, ich würde mal sagen Bevor du irgendetwas auch nur versuchst zu planen Mach das hier fertig, bitte Es sieht so scheiße aus Genau so wie du, es passt doch Okay, hat mich hier irgendjemand schon mal Relive gesehen? Ja, ich Und da ist scheiße aus Ganz im Gegenteil, du hast dich doch in mich verliebt Komm, gibst du dich? Bestimmt nicht, deine Tür sieht scheiße aus Klatsch da mal Holz, wenn du hin, bitte Schon so, um das doch zu machen Mach BVP an, das hast du nicht anders verdient Mach das, was du an Nein! Ey! Mach das an, ey! Gut, wenn du möchtest Nein, ich werde niemandem verraten, was passiert ist, warum ich keine Tür besitze Oh yeah, Blood Moon Geil Kaninchen, Kaninchen, guck mal hier oben, Kaninchen Hier sind Kaninchen Ganz, ganz Ähm, der arme Stealer verkäuft beim Blood Moon neue Items, soviel ich weiß Und der Kleiderhändler auch Alter, 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 da war ein böses, kann ich nicht, klar Ja, unten auch Die Kleiderhändler Ja, du hättest mich vorwarnen können Die Kleiderhändler, der Kleiderhändler spawnt, wenn man Mach mal zu, danke Okay, warum zur Hölle sind hier Zombies, obwohl ich Achso, die können drüber springen Nee, die können gar nicht Ich find's nicht, der so klatscht Äh, der hat nen Hut auf Lol, komm mal her Ich komm mal The Kroom 200 von 200 Leben Na, drogi Jetzt Prügel Ich glaub, das ist der Bürgermeister, irgendwie sowas Keine Ahnung, lass die mal vermöbeln Hat er mich anders vergehen Ich will's Item Was hat der gehabt? Hat er was gehabt? Ta-da-da Ey Ich bin der Bürgermeister Ich will den Helm Ich will den Tophead Sieht aus damit wie Neonazi, der gerade, keine Ahnung Irgendwie schon, kannst du haben Du weißt schon, dass es ziemlich uncool ist, was er gerade gemacht hat Komm rein Du musst aber dann schon so laufen Ja, das reicht Ja, toll, wir kommen jetzt in die Höhle rein Erstmal warten Ja, warten, zack Ist das ein Auge, da ist ein Auge Ja Ja, ich hab sogar zwei davon Töten Oh, schau, da hatte keine Alter Schwede, was geht denn hier ab? Party Hard Was ist hier Seniorenparty? Ähm, Star Party Hard Das ist Party Hard, was die da machen Guck dir das mal an Party Hard Party Hard Guck dir das mal an Ich steh's doch Und da kommen noch mehr Sollen wir die da unten einstehen? Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Du bist so useless Ich hab ne andere Idee Nein, 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 warte doch Ey, kannst du keine Minute mal warten Das hätte so ein geiler Spaß werden können Ertränken kannst du eh nicht Alter, wie viele Augen sind das? Geil Hast du doch was anderes vor Hast du auch schon Schäcke? Nein, ich hab Oh Oh, Herr Oh, Jocke, wie viele sind denn das? Du kannst mich auch Ruhrhahn nennen Ruhrhahn's Oh, Herr Ja, mein Sohn Scheiße, es hört sich an, als wir hier Massen Masturbieren Massen masturbieren Kuppen mixen Auf Massen masturbieren Ich hab den längsten Im Traum vielleicht So, ich hab zwei Schäcke Hast du auch schon Schäcke? Was das denn Geld gefahren ist, ey Aua Oh, Augen Wirf das Auge ab Ach ja, ey, mir Winehouse ist tot, ne? Ja, leider Aber ich glaub, das gehört nicht ins IP rein Ich weiß Ich wollte nur noch mal anmerken Hey, Money, 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 Money Der olle Hans ist gut gelaunt Warum? Weil er Das müssen die nicht wissen, warum? Oh, Alter, wie viele Zombies sind denn das? Ne, gibt's halt jetzt mal ein Schnetzeltag Schlitz 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 Bumerang Bumerang Hast du Linsen? Ach ja, olle Hans Wir hätten uns doch ne Dämonenhacke machen können Theoretisch Brauchst du so Dämonit Irgendwie so Shadow Scale oder wie das Ding heißt Und das hatten wir nicht Ja, ich sammle hier mehr Pfeiler ein als alles andere Da kommt jetzt was von oben Ja, Mann Wir haben gleich die Nacht hinter uns Dann geht's ab in die Höhle rein Es regnet Pfeile Du triffst dahinten Zombies, ne? Aua, du hast mich getroffen, nur Pimmel Kann gar nicht sein Wir sind nicht im Team Du, Team Schlurp Das hört sich ein bisschen gay an Was? Schlurp Ja, das hört sich irgendwie ein bisschen gay an, ne? Das hört sich an, als wenn die Wies Hart Du musst den User finden, der gesagt hat, das hört sich super süß an Ich weiß, wer es ist Wer denn? Sag ich nicht, sonst köpft der mich Wer hat das gesagt? Ich setz dich, Inga, aber mit ihm kommt Platz, dann kannst du mit ihm Ich hab schon wieder einen Schecke gefunden Ich hab zwei Schecke Ich hab sechs Ja Ja Ja, warte, ich hab hier noch eins für mich Jetzt hast du sieben Das macht keinen Schaden, ne? Ich weiß Aus wird so langsam Tag Wie viel hast du Linsen? Ja Ja Wie viele? Jetzt komm doch her Ich habe zwei Linsen Ich habe eine Nein Nehme ich gerne Bitte Gut, du hast die Krankenschwester Alphons, geht's auch gut? Oh, die Triade ist in meinem Schlafzimmer Nein, Star Finger weg Na, du siehst Finger weg Du notgeiler Bock, du Wir reden nur Na, wie geht's? Oh, Gott sei Dank bin ich jetzt nicht gerade da oben Oh, okay, Kollege Sie ist frei, du kannst hoch High five! Was macht denn die da oben? Die darum nichts zu suchen, die dumme Kuh Ich hab hier mein Dirtrott gezeigt So, jetzt ist die dumme Kuh unten Nein, der hat nicht so gemeint, Baby. Komm, ich begleite dich noch bis vor die Tür. Soll ich dir noch ein Taxi rufen? Ich fühle da, oh, Alter, lass doch mal das Geld noch machen. Eine Schweinebank da. Schweinebank! War da irgendwas zu verkaufen? Oder 8 Silber? Da haben wir noch. Oh, ich glaube, das Geld geht nicht aus wie etwas Besonderes. Oh, ist der Tag. Ich bin nur gespannt, ich bin nur interessiert, wo sie hingehen jetzt. Gott sei Dank sieht das jetzt nicht der Star. Okay, auf in die Höhle. Was? Was sehe ich nicht? Ich bin allwissend, allsehend, was ist passiert? Nichts. Sag es mir. Wo waren unsere Höhle? Hau mal ab, Opus. Ich will kein Gangbang mit dir. Aber was da auch immer statt, ich habe es jetzt gar nicht gelesen. Auf in die Höhle. Wo war die denn nochmal? Keine Ahnung, nicht genau in irgendeine andere. Da ist ein Pilz, nehme ich mit. Ein Mushroom. Das ist eine Frage, die nur du beantworten kannst. Hm, nö. Fraps suckt. Der braucht schon Fraps. Ich nehme das alles mit dem Kopf auf und tue es dann auf dem PC wiedergeben, weißt du? Full HD? Nee, original. Full HD ist zu eh, ist zu schlecht. Aber ich tue es nur in HD-Rändern. Das braucht bestimmt sechs Stunden zum Upload. Und da wird es gar keine Videos geben. So, die Höhle. Da, Daybloom. Ich glaube, hier war die Höhle. Erster umrüsten. Er flitzt schon vor. Ich hole nochmal noch ein. Nur keine Angst. Gott sei Dank haben wir jetzt die Wolke, ne? Oh yeah. Ach ja, wir brauchen definitiv Sand. Ist mir immer so aufgefallen. Ja? Ja. Achso, ich habe ja letztens vergebens Sand gesucht. Das war'n das. Mein, äh, kräftende Story. Sand ist auch op-overwärter. Ey, das ist Eisen. Weh das. Noch'n Weg. Auf dem Weg. Ne, nein, nein. Geht doch viel schneller. Nie wieder. Ich traue dem Spiel nicht mehr. Hehehehe. Hehehehe. Oh, ah! Oh, ah! Eh, Wurm, 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 Wurm. Blub, 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 blub. Das ist ein Blub. Ein wildes Blub greift dich an. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Blub, blub, blub. So, tut mir leid. Da kam wieder einer ins Zimmer. So, wir tun jetzt... Wir tun jetzt das hier... Ja. Wir tun das ableiten. Ich hoffe, wir können jetzt schon Obsidian abbauen. Nicht so... Einfach nur hier nach vorne. Ja, ja, ja. Immer musst du meckern, ne? Ja, natürlich. Und ich kriege keine Luft mehr. So, weil wenn wir nämlich nachher Obsidian fahren, ist das hier... Und das wird irgendwie immer mehr. Habe ich das Gefühl. Dass du mehr ablässt, als da drin ist. Wo fließt denn das hin? Da lang? Darunter in einen anderen See. Und dadurch... Ich... Ich... Gleite hier total smooth runter. Und da bin ich wieder. Nein, da ist eine Fackel gewesen. Machen wir das jetzt nochmal? Natürlich. Es ist so hammer fürs Obsidian-Farm. So, äh... Auf diese Art und Weise habe ich beim Obsidian-Abbau und innerhalb von einer Viertelstunde über 1000 Stücke gehabt. Für was, Kolorfen? Raus hier! Raus hier! Und da kommt noch mal her, was da unten runter! Na ja! Huiiii! Da ist Dämonitor. Sagen wir mal versuchen, wieder abzubauen. Ja! Wir können es abbauen! Geil! Oh, da sind wir langsam voll. Das ist aber ein großer See. Okay. Komm mal her! Guck dir das mal an! Was hier ist! Du bist doch so ein Elend, Digga! Da rechts ist Dämonitor. Lass ich es buddeln mal schnell! Ne, kein Matsch, bitte! Ich buddeln rechts ein Luftloch. Buddel schnell ein Luftloch! Da geht's weiter! Boah! Wie viel Wasser hier einfach ist! Ich bin jetzt die ganze Höhle überfluten, ne? Hey, wir werden die zugegeben! Da geht weiter! Ey, da unten ist Licht! Ich brauch mal da oben schnell eine Flucht, ne? So, warte mal, bevor wir da jetzt aufmachen, warte, warte, nein! Und zwar, lass erst mal links zubauen, oder? Ist das so viel da? Na komm, scheiß drauf! Hier können wir zu machen! Wasser marsch! Oh, warte, noch nicht! Ja, mach doch hier zu! Du hast die ganze Illusion kaputt gemacht! Wasser marsch! Ey, wie viel Wasser hier ist, ne? Da kommt noch was! Okay, warte, dann baue ich hier zu! Weil dich! Wasser kommt! Doppelt hält besser! Wenn man so bekanntlich sagt! Dann muss man da durchbuddeln! Ah, hier ist Weg, ne? Warte mal! Mach mal ganz auf die einfache Art und Weise! Nie wieder stehe ich in ner Bombe! Ich glaub, es macht nur deine eigene Schaden! Weil du dir selbst ja noch schaden kannst! Warum? Keine Ahnung! Die ist weg! Ne, wir sind jetzt nach unten, buddeln da hinten! So, dann buddeln wir mal los! Das wird gleich lustig, ob sie ihn anzufarmen! Boah, weiter ist mal ein Luftloch! Und weiter! Hat ja super geklappt! Aber sicher! Ah! Das sind halt Pilze! Scheißegal! Lass unsere normale Taktik wieder machen! Genau! Noch was durchziehen oder Luftloch schnell machen? Weil ich hab noch... Wir werden so elendig verrecken! Mach Luftloch! Nein! Schnell! Schnell! Ah! Ah! Hat doch gut geklappt! So, was ist hier? Wirst du jetzt immer gucken, wie das Wasser läuft! Dann guck ich doch mal! Oder warte mal, ich mach mir hier schnell zu! Ja, das kommt eh hier hin! Ja, wir können ja auch dann da durchbuddeln, wenn da hinten die Lava ist! Und das geh... Oh Gott! Der kommt jetzt ziemlich unpassend! Boah! War da hinten schon Lava? Ich weiß nicht! Da ist der Monit-Ohr! Ich brauch's mal ab! Weiter! Nee, hier ist aber nicht! Da können wir doch... Oder? Ach, hier ging's auch weiter! Ach, hier haben wir ein tiefes Loch gebuddelt! War hier schon die Lava in die Tür? Ich würde sagen, wir lassen es hier runterlaufen! Weil hier haben wir einen Weg! Tun wir's um jetzt umbauen, ne? Weil hier kam ja bald die Lava! Woher weißt du das? Ich hab' ein gutes Gedächtnis! Ey, wie viele Fackeln du dir hier hingestellt hast! Unfassbar! Das ist hier nicht wie in Minecraft, wo Monster Spore! Das ist mir Jacke in die Hose, ich will was sehen! Oder nicht, liebe Zuschauer! Das ist doch ätzend, wenn man nicht sehen kann, oder? Wir haben doch jetzt den Minenhelm, also das ist unnötig! Alter, trotzdem! Was ist denn? Sie müssen doch sehen, wo wir uns gerade befinden! In was für einer Scheiße! Ja, Kuhfladen! Was? Was hast du gegen Klaten gesagt? Buddel mir mal entgegen! Oh! Oh! So, Mann, da geht's. Die fucker fliegt. Oh, Minenarbeiter, der hat Bomben. Brauchen wir nicht, ne? Äh, du weißt schon, dass das Wasser hier nicht durchschließen kann. Frisch dich. Ah! Ey, die machen so pervers Schaden, ey. Und du springst doch noch voll in die Arme. Ich darf das. Wo ist das Wasser? Wasser! Wo ist das andere Wasser? Das kommt gleich runter. Das ist auch ein Server mit immer ein bisschen langsamer, weil, keine Ahnung, die Welt jetzt, normal, jetzt ist das Wasser ziemlich schnell durch. Hier ist Eisen. Oh! Self-Own! Da war eine Kiste, ne? Lass dich da gleich mal rein, okay, okay, machen. Oh, ne! Oh, du bist zweit aus den Füßen weg! Wie weit hast du, äh, wie hast du das geschafft? Keine Ahnung, ich hab keine Reflex, ich hab irgendwie nicht reagieren wollen und dann war ich tot. Ja, klasse. Du wolltest nicht reagieren. Nee. Ich bin zu faul. Guck mal, und hier unten ist Lava, ne? Ja. Ja. Ja, ich werd'n Weg schon wieder finden. Ich muss ja nur in deine Richtung laufen. So, dann mach das. Oh, das geht schnell. Ich hoffe, ich bin ja schon richtig. Also, draußen ist grad Nacht. Äh, das Wasser kommt schon, ne? Ja, so schnell bin ich jetzt auch nicht. Tut mir leid, ich kann jetzt auch nicht mega schnell sein. Ich muss hier ja über alle Berge. Nun hier rein. Schreib mir mal in die Kommentare, ob ich so Wege rausschneiden soll oder nicht. Weil das kostet... Schneid sie raus! Das kostet ja auch Zeit. Ich mein, oh, hau ab, du doofer Zombie. Geh sterben, oder du geh dorthin, wo du kamst, du, totes, etwas. Ähm. Was? Ja, wird grad wirklich alles geflutet. Ja, ich weiß. Was denn? Holy shit, ich hab hier... Oh mein Gott. Was denn? Äh, ich bin so tot, ich bin so tot. Warum? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Alter. Oh, hier ist wirklich alles voller Wasser gerade. Ich weiß, dass das viel Wasser ist. Du brauchst mir nicht so sagen, hau ab, Zombie. Ih, geh weg, du Pümmel. Geh weg! Du kleiner Hohn, jetzt bringe ich dich um. Ja, viel Spaß beim Tauschgang, ne? Oh shit. Daran hab ich jetzt grad gar nicht gedacht. Shit. Oh. Soll ich noch mal Wasser holen? Aber es ist irgendwie schon angenehm runterzukommen, weil kein Wasser da ist. Holy shit, man. Musst du ja eigentlich nur unseren Tunneln folgen. Da müsste ich hier jetzt eigentlich schon gleich aufs Wasser kommen. Hier sind überall Restchen. Holy shit, ey, wie viele Wasserpfützen hier sind. So, jetzt bin ich eigentlich schon bei dir. So, da müsste eigentlich irgendwo die Kiste sein, ne? Oh, holy, ey. Ein Bumerang. Mehr war nicht drin. Ja doch, Clostick. Soll ich auch so ein Ding? Alter, wie viel Wasser. Ja. Versuch erlassen. Warte mal, war hier ein Herz? Oh, oh. So. Ihr könnt's doch nicht abbauen. Die ganze Mühe jetzt für ein Peps gewesen, oder? Nee. Und den ist Gold, ne? Siehst du hier, auf Wasser sind wir sicher. Sollten wir jetzt auch offen. Tja, ich wüsste, wie wir eine Hacke kriegen, dass sie es abbauen können. Ah, dazu müssen wir einen Boss verschwören. Klar, glitschig nur ein, nur blödes Musstviel. Ich hab' total die Luft vergessen. Was hier. Lass mal schnell hier entkommen, ey. So mit deiner Watteridee. Die ist schon episch, und guck mal, was sie hier auf Sie nie anfangen können, auch, ja. Du, weil du nie auf so gut Ideen kommst. Du hast ja nie was hilfreiches zu tun, das LP. Haus! Haus! Das ist schon viel zu groß. Können wir mal wieder die, als als wir die Taktik. Ich geh' den Filter! Wo? Und ein Herz. Für mich. Oh, warte mal. Wie für dich? Ja klar, das erste war immer für mich. Du kriegst halt den ersten Mana-Punkt. Oh, du hast noch eins. Ah, du Lacker. Hau mal ab, du blödes Wichsvieh. Danke. So, hol das Herz. Du hast keinen Platz, Männer. Ich merk. Warte. So, entsorgen. What, what? So, entsorgen. Du hast die Edelsteine. Hä? Warum hab ich einen Hook? Guck. Guck dir das war mal. Ich meinte's jetzt weg. Oh, ok. Äh, das brauche ich definitiv nicht. Ja, geht da unten. Woah, 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 woah. So, ned, was war ich's mir? Woolweg, ist mir's ganz scheißegal. hast du es bei der macht von herzgall cool ich bringe mal dabei das hat so einen speziellen effekt weißt du nicht das ist die da wo geht es lang wo geht es lang wo geht es wo geht es da wo wir lang gehen können wie viel leben wir schon haben nächste nacht geben begeben wir uns einfach mal auf stern suche wo das ganze jünger hohohohoho wir gehen da lang Fünfter Stock, Keppichware Ja, oben die Edelsteine haben wir jetzt nicht Gold, aber Puff, okay Können die ja nur vielleicht knapp 1,50 Gold sein Als weiter Vorsicht, da könntest du jetzt ein bisschen bremstlich werden Warte, Stop Nein Oh Du hast eh kein Platz Ich hab wieder Platz Nur zur Info Warum gehst du eigentlich nur mit vollen Taschen in der Höhle rein? Du bist doch so fail Bäm Weil ich kann Kackstlitzend bist Oh Edelstein Hau ab Hau ab Alter, die Fledermäuse gehen mir so auf Zack Die spinnen wir eben auch Oh holly Herz Waren wir hier nicht schon, wo du elendig fallst Biss Ich? Nee Halt die schön voll weg Bäm, Strike Steh nicht schön geschossen Ich trinke einen Schluck Cola, Moment Ach, tut mir leid Aber es muss auch mal sein Das ist angenehm mit ner Wolke ey Irgendwie will ich da mittendrin durchbuddeln ne? Nein Glaubst du aber So So jetzt Na dann Oh, der Part ist schon lange rum, ne? Hm Das kommt davon, wenn man zu fixiert auf den Part ist Dann würde ich sagen, bleiben wir hier mal kurz stehen, ne? So Dann bis zum nächsten Part, ne? Hi Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal.